Mein Name ist Johannes Kagerbauer, ich bin Flaschenkellermeister im Hofbrauchhaus Freising, also zuständig für die Flaschenabfüllung und die Instandhaltung der Flaschenabfüllanlage. Wir sind eine Bierbrauerei und haben eine sehr breite Produktpalette vom Heller- und Weißbier, was unsere größten Verkaufsschlager sind, über Exportbier, Dunkelsbier, Weißbier sowie auch Untergärig und eine ziemlich breite Palette an Alkoholfreien Gebränden. Da unser Inspektor schon ziemlich alt war, wollten wir eine neue Maschine kaufen. Wir haben mit ein paar Anbietern gesprochen und die Kronis Linatronic war die, die die kürzeste Lieferzeit gehabt hat, war eigentlich einer von den Hauptpunkten, warum wir uns dann eigentlich mit den anderen Kronen so viel beschäftigt haben. Mit dem Deep Learning Programm, wie es uns das erste Mal angeboten worden ist, war ich jetzt da vorher oder war ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, naja, was könnte man jetzt da verbessern, es wird ein Foto gemacht von einer Flasche. Allerdings, wir haben uns dann doch dafür entschieden, dass wir das nehmen, dieses Deep Learning und ich bin positiv überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert und so kleine Fehler erkannt werden oder beziehungsweise Wassertropfen zum Beispiel nicht erkannt werden als Fehler. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit Kronis. Es hat von Anfang bis Ende eigentlich gut hingekaut. Ich muss auch die Jungs loben, die auf der Baustelle da waren, mit denen habe ich sehr gut zusammenarbeiten können. Es waren lauter junge Monteure, da war ich zuerst ein bisschen skeptisch, habe ich gedacht, ich bin lauter so junge, ob das was wert ist, aber ich muss dann sagen, im Laufe der Umbauarbeiten hat das echt super funktioniert und ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem Ganzen, mit der ganzen Abwicklung. 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 Abwicklung.